Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Henrik Könemann. Ich bin Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter in der schönen Hansestadt Lüneburg. Heute werden wir etwas spezieller. Es geht wieder um den Insolvenzplan. Wir haben bereits ein Video gedreht. Heute geht es primär um Verbraucher, also sprich um natürliche Personen. Und das schauen wir uns gleich mal an. Was ist Ihr Ziel? Was ist Ihr Ziel? Ihr Ziel ist, und das ist ganz legitim und auch nicht unanständig, Ihr Ziel ist einfach Restschuldbefreien zu erlangen. Das auf möglichst einfachem Wege und möglichst auch natürlich für Deliktsförderungen, also Verbindlichkeiten aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung. Und das ist über so einen Insolvenzplan möglich. Ja, kleiner Exkurs. Wo stehen wir eigentlich in der gesetzlichen Regelung derzeit? Im Moment ist das Regelverfahren sechs Jahre. Es gibt noch zwei Möglichkeiten, das zu verkürzen. Fünf Jahre oder halt auch drei Jahre. Gerade drei Jahre klingt erstmal charmant, ist aber faktisch fast bedeutungslos. Nicht einmal zwei Prozent der Fälle schaffen das, innerhalb von drei Jahren die Restschuldbefreiung zu erlangen. Sie müssten 35 Prozent ihrer Schuldsumme begleichen können und darüber hinaus müssten die Verfahrenskosten gedeckt sein. Das schaffen wirklich die wenigsten. Ist auch nachvollziehbar. Und das liegt nicht einmal daran, ob jemand tatsächlich selbstverschuldet oder unverschuldet in die Insolvenz geraten ist. Also, wir können das fast vernachlässigen. Ich habe in einem anderen Video schon einmal dargestellt, dass es eine EU-Richtlinie gibt, die umgesetzt werden soll. Mit dem Ergebnis, dass man dann im Juli 2022 dazu übergehen soll, drei Jahre als Verfahrensdauer umzusetzen. Also vom Gesetzgeber her umzusetzen. Das ist ein hehres Ziel. Bis dahin gibt es eine Zwischenlösung. So ratierlich, da wird immer wieder was verkürzt. Wie gesagt, da verweise ich auf mein Video. Es lohnt sich meiner Ansicht nach nicht darauf zu warten. Gerade, wo wir das Instrument des Insolvenzplans haben. Also, der Insolvenzplan wäre für Sie das adäquate Mittel, um einfach möglichst schnell und preiswert reinzukommen. Ja, das Verfahren ist etwa erledigt, wenn es normal läuft und gut vorbereitet ist, innerhalb von knapp einem Jahr. Wenn es wirklich gut läuft, schaffen es vielleicht auch sogar in sechs Monaten. Das Verfahren als solches ist billiger, auch wenn Sie tatsächlich auf den ersten Blick etwas mehr bezahlen. Und das betrifft einmal natürlich die Chance, wie Sie überhaupt die Gläubige dazu bewegen können, in den Genuss eines Vertrages. Und nichts anderes ist der Insolvenzplan, mit den Gläubigern zu kommen. Bislang ist Ausgangsbasis für Ihre Restschuldbefreiung, dass Ihre fändbaren Vermögenswerte, sprich, das, was so vorhanden ist und Ihr Einkommen im Rahmen, im Laufe des Verfahrens eingezogen werden, um dann schließlich nach Abzug der Verfahrenskosten an die Gläubiger verteilt zu werden. Diese Summe würde man fiktiv zusammenrechnen und käme auf einen Betrag. Um die Gläubiger dazu zu motivieren, dass sie ihrem Vergleichsvorschlag zustimmen, muss man natürlich besser gestellt werden. Das ist auch der Anreiz für die Gläubiger, neben der natürlich auch für die im Ergebnis verkürzten Verfahrensdauer. Und zu diesem Zwecke ist es regelmäßig erforderlich, dass Sie einen sogenannten Plangaranten haben. Das ist häufig eine Person, mit der Sie wie auch immer näher verbunden sind, die Ihnen noch weitere finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Das heißt, auf den ersten Blick zahlen Sie zwar mehr, aber Sie haben zwei ganz große Vorteile. Nämlich einmal, Sie sind Ihre Verbindlichkeiten los und können wieder ein normales Leben führen. Und wenn Sie in diese Situation erst wieder gekommen sind, heißt das auch, dass Sie wieder eine andere Ausstrahlung gewinnen. Sie sind wieder erfolgreich am Arbeitsmarkt und können da natürlich auch wieder mehr Geld verdienen und das auch ohne Pfändungsfreigrenzen beachten zu müssen. Also letztendlich schon vor diesem Hintergrund, meiner Auffassung nach, lohnt sich das. Wie läuft das? Sie müssten sich an jemanden wenden, der sich damit auskennt. Und zwar das sollten Sie auch möglichst früh machen. Früh heißt, Sie können bereits vor Eröffnung oder vor Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens damit anfangen und das Verfahren vorbereiten. Ich empfehle immer, abzuwarten bis zur Gläubigerversammlung, weil dann die Zahl der Gläubiger feststeht. Es müssen ja nicht alle Gläubiger teilnehmen. Und weil dann auch die Schuldsummen feststehen. Und so würden Sie dann ganz legal, ganz fair mit Ihren Gläubigern letztendlich einen Vertrag machen. Und dieser Vertrag würde gerichtlich bestätigt. Und dieser Vertrag wäre dann auch für die Gläubiger verbindlich, die sich nicht am Verfahren beteiligen. Mit anderen Worten, sie einigen sich mit einem Gläubiger, ohne dass er sich am eigentlichen, ist es ein gerichtliches Verfahren, nicht vergessen, beteiligt. Und der bekommt dann trotz alledem im Ergebnis im Zweifel nichts. Also Ausfluss der Gläubigerautonomie. Nicht jeder Gläubiger muss sich am Insolvenzverfahren beteiligen. Also wir brauchen die Übersicht über die Schuldsumme. Wir brauchen die Übersicht über die Anzahl und Namen, Adressen und so weiter der Gläubiger. All das bekommen wir im Zweifel dann über die Insolvenz-Tabelle, die dann auch für die Gläubiger verbindlich ist. Ja, was brauchen Sie denn noch? Die Quote, die üblicherweise angeboten wird, steht meistens so zwischen etwa 1 bis 10 Prozent. Wie gesagt, Besserstellung durch den Plangaranten. Sie haben dann in Zusammenarbeit mit demjenigen, der Sie im Insolvenzplanverfahren begleitet, die Möglichkeit, die Gläubiger in verschiedene Gruppen einzuteilen. Diese Auswahl der Gruppen, die muss nach sachgerechten Kriterien erfolgen. Das könnten beispielsweise Grundpfandrechtler, das könnten beispielsweise Forderungen aus Delikt sein. Sie müssen dann innerhalb der einzelnen Forderungen eine sogenannte qualifizierte Mehrheit haben. Das heißt, eine Mehrheit an Gläubigerköpfen und eine Mehrheit an Schuldsumme. Schon auf diesem Wege können auch Gläubiger, die eine Deliktforderung gelten, machen, mit einbezogen werden. Für die ist das übrigens auch ganz interessant. Denn sehr häufig ist es so, dass Menschen auch nach Durchlaufen eines sechsjährigen Insolvenzverfahrens nicht wieder so richtig auf die Füße kommen. Und da das Vermögen einmal verwertet ist, ist es häufig so, dass sie auch Deliktsforderungen, wenn der Titel zwar zugegebenermaßen 30 Jahre hält, dann nicht wirklich eine ganz realistische Chance haben, auf diese Forderungen noch irgendwelche nennenswerte Beträge zu vereinnahmen. Ja, wenn das dann tatsächlich so gelaufen ist und Sie die qualifizierte Mehrheit haben und wir haben bei uns in den Verfahren etwa eine Erfolgsquote von über 95 Prozent, wird dieser Insolvenzplan gerichtlich bestätigt. Also mit anderen Worten, durch einen staatlichen Hoheitsakt erlangen Sie die Restschuldbefreiung. Das ist, denke ich, ein ganz angenehmes und auch ganz probates und auch erprobtes Verfahren. Näheres dazu können Sie natürlich gerne auf meiner Homepage einsehen. Da habe ich mich ein bisschen dazu ausgelassen. Darüber hinaus habe ich dort einen Link eingebaut. Da können Sie gemeinsam mit uns mal eine erste kostenlose Schuldenanalyse anstreben. Wir würden uns das dann anschauen und würden dann mit Ihnen einmal in einer kostenlosen Erstberatung besprechen, welche Möglichkeiten wir sehen. Ob es für Sie Sinn macht, ob es möglich ist, müsste man dann im Detail besprechen. Auch was das kostet. Nichts ist umsonst, da sind wir uns im Klaren drüber. Aber auch dazu habe ich ein paar Sätze auf meiner Homepage gelassen. Wenn Ihnen das hier grundsätzlich gefällt, das für Sie nachvollziehbar ist, rege ich doch an, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Und im Übrigen bleibt es immer dabei, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, kann es natürlich auch nicht zu Ende sein.